Howdy Partner, Alex hier. Momentan läuft der DE 3 2015 und es kommen so viele neue Trailer zu neuen Spielen, bekannten Spielen raus und ich dachte mir, ich probiere mal was Neues, ich probiere mal diese Reaction-Videos aus, die auch mittlerweile so angesagt und beliebt sind. Das mache ich mir auch einfach mal. Und da habe ich mir auf jeden Fall jetzt erstmal Magic Assault 5 Phantom Pain rausgesucht, denn ich habe sehr lange schon auf dieses Spiel gewartet, kann es kaum erwarten und bin sehr gespannt, was dieser Trailer neues zu bieten hat. Nein, ich habe ihn noch nicht geguckt, das ist jetzt das erste Mal, dass ich reinschaue, von daher, ich kann es kaum erwarten, hoffentlich gibt es ein paar neue Infos, irgendein Knaller oder irgendwas, was mich überrascht. Doch, ich rede schon viel zu lange dafür, also legen wir einfach los. Blood and Go, intense violence, stirb ich nicht. It is no nation we inhabit but a language. Make no mistake, our native tongue is our true fatherland. Sprache? Ich bin born in a small village. Wer spricht da? Also Sprache ein wichtiges Element, diesmal von einer Story, okay. Sprache ändert natürlich. Was ist das? Persönlichkeit, wie ich richtig und falsch gesehen habe. Words can kill. Time and again, das Land wurde durch eine foreign tongue regiert. Als er ein junger Junge, hat er seine native Sprache verloren. Von dem Mann, der die Welt verhörte. Der Mann, der die Welt verhörte. Seine Land, seine Familie, sein Gesicht, seine Identität, alles wurde von ihm verhörter. Okay, Sprache wird wohl ein wichtiges Element sein und das ist auch vor allem, wie man sich jedes Mal ändert, mit der Stimme und der Sprache. Das könnte eine Anspielung daraus sein, dass auch Kiefer Summerland jetzt neuerdings ihn vertont. Vielleicht wollen die damit auch irgendwie darauf aufmerksam machen, vielleicht auch überhaupt nicht. Vielleicht schieße ich gerade total ins Dumme. Na klar. Miller, das kennen wir alles schon aus Ground Zeroes, genau. So endet ja Ground Zeroes. Das ist alles schon aus Phantom Pain, ja. Die Insel ging leider unter und danach ging es ziemlich böse ab. Otelot ist direkt am Start, sehr schön. Das ist der Code Talker, oder wie der hieß. Krasser Kerl. Ja, natürlich ist das Miller, nur ein älterer Miller, aber der redete wie Campbell. Outer Heaven. Painful Pain. Das ist doch nicht sie. Sie ist doch tot. Also, Ground Zeroes habt ihr ja gespielt, hoffentlich. Sonst dürft ihr diese Trailer gar nicht gucken, logischerweise. Uh, was geht da ab? Eine Infektion? Boops gehen immer klar. Das stört keinen. Das sind doch bestimmt diese neuen, äh, Sondereinheiten. Diese Boes who don't exist, wie sie damals im Trailer genannt wurden. Die sehen fast aus wie Zombies, diese Infektion anscheinend. Ja, diejenigen, die nicht existieren dürften. Oder sollten. What the fuck? Was ist das denn? Und der Soundtrack ist noch wieder erstklassig, wie immer. Wie jedem Trailer. Und jedes Wettel ist Solid schon immer. Ja, okay. Die Action wird natürlich stimmen. Harry Jackson Williams. Ja. Wer ist das eigentlich? Das fragen wir schon die ganze Zeit. Ist das Solidus? Psycho Mantis? Der war schon mal zu sehen. Ah, vielleicht nur... Vielleicht ja. Ja. Clevere Idee. Retaliation, Retaliation. Ja. Auge im Auge. Ist das Solidus? Metal Gear Rex? Sons Lingua Franca. Die Welt wird gespürt. Damals schon? Und dann wird es frei sein. Das sind die 70er. Okay. Krass. Guter Trailer. Toller Soundtrack. Wie immer. Kommt noch irgendwas? Wird sicher halt. Wie immer. Was richtest du an? Big Boss. Was machst du? Phantom Breeds Destruction. Ich wette er... Ja, das ist halt der letzte Wandel, ne? Hier wird er zu dem gefürchteten Big Boss. Nicht mehr Naked Snake. Ein Phantom. Getrieben von Schmerz. Ich wusste gleich, dass dieser Skull... Dass dieser Skull Face sogar zu unserer Truppe gehört quasi. Oder Verbündeter ist. Wusste ich gar nicht. Ich dachte, das wäre ein Bösewicht. Ich hatte ja uns... Naja. Böse und gut und böse ist sowieso. Verschwimmt ja sowieso alles hier. Aber weil man gesehen hat, was man... Na. Okay. 1. September. Boah, es ist ja bald. Oh mein Gott. Metal Gear Solid. Ich muss bald mal fertig werden damit. Okay. Solidus. Liquid. Keine Ahnung. Wer ist der denn noch? No. No. Les Enfants Terribles. Die Kinder. Solid und Liquid. No way. No way. Quatsch. Die Twin Snakes. Die beiden kommen schon in dem Teil vor. Okay. Trailer vorbei. Wow. Holy shit, Leute. Was geht ab? Okay. Okay. Das ist sowas von confirmed. Damit sind Liquid und Solid Snake in dem Trailer. Also in dem Spiel. Wow. Krass. Okay. Alleine für diese Enhüllung allein lohnt sich der Trailer. Das ist krass. Das ist echt krass. Okay. Ich dachte gerade Solidus, weil vom Zeitrahmen her passt es. Zu dem Zeitpunkt hat Les Enfants Terribles stattgefunden. Hundertprozentig während er in dieser Zwischenzeit von Ground Zeroes bis Phantom Pain liegt er ja im Krankenhaus. So viel wissen wir ja schon. Und zwar sehr, sehr lange. Und in dieser Zeit werden die Genome von ihm genommen und dieses Les Enfants Terribles Projekt gestartet. Wow. Sie sind drin im Game. Puh. Ich bin sehr gespannt. Und Psycho Mantis müsste übrigens, das könnte er wirklich sein. Weil, wenn ich mich recht entsinne, hat er im Metal Gear Solid 1 damals gesagt, dass er auch von Big Boss dann quasi entdeckt und aufgehoben und gerettet wurde. Auf jeden Fall hat Big Boss sich seiner auch angenommen. Von daher würde das vom Rahmen her definitiv passen. Ich bin sehr aufgeregt. Das ist ziemlich geile Infos. Freut mich mega gerade. Und ich kann es kaum erwarten, noch mehr Infos über das Spiel zu kriegen. Beziehungsweise das Spiel einfach rauskommt. Warte mal, wir haben jetzt Juni. Es kommt noch Juli, August, September. Es ist nicht mehr lange, Leute. Dann geht's los. Dann geht's los. Tja. Ich muss bisher noch einen Stream-Marathon machen. Ich mache dann Stream-Marathons von Teil 2, 3, 4, dann noch Peace Walker und dann noch Ground Zeroes. Und dann dürfte auch schon bald Phantom Pain kommen. Von daher dürfen dann alle ready sein von der Story her. Ich kann es kaum erwarten. Das wird der Hammer. So, ich sag's zum tausendsten Mal. Von daher, das war genug von meiner Trailer-Reaktion. Danke fürs Zuschauen. Bis bald. Bis bald. Untertitelung des ZDF, 2020